Du stehst auf Atmospheric Death Metal, der noch weitere Subgenre miteinander kombiniert? Dann bist du genau bei diesem Video richtig. Und zwar geht es um die Band The Omega Swarm. Ich war von diesem Song wirklich sofort fasziniert und ich bin mega gespannt, was ihr zu diesem Song sagt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Dann gehen wir jetzt rein mit The Omega Swarm. Gitarist ist auch von Sulfur Aeon, hatten wir auch schon hier ein, zwei Mal im Stream. Fand ich ja auch ganz cool. Und ich sehe hier halt schon die Hashtags, auch Sulfur Aeon und Atmospheric Death Metal. Also geil, ich mag Atmospheric, ihr wisst das, großer Atmospheric Black Metal Fan. Und das hat gepaart mit Death Metal, bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, let's go. Aber auch schönes Logo. Ganz kurz, hier bei dem Logo alleine. Ich liebe das, dass halt hier noch dieses Omega Zeichen ist. Ihr wisst ja, ich bin so Fan von solchen, von so Symbolen oder so in Logos. Das sieht man ja auch bei meinem. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und richtig starke Clean Vocals. Sehr, sehr schön. So ein bisschen so ein bisschen theatralisch, sag ich mal, so einen theatralischen Touch von den Clean Vocals. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Und mit Blastbeats geparrt. Sieg des ZDF, 2020 und mit Blastbeats, entennties, des ZDF, 2020 und mit Blastbeats, die in die ZDF, 2020 Was ich sehr, sehr gut an den Lows finde, also ich finde erst mal generell so diese Balance, so dieser Mix aus Clean-Gesang und halt einfach Shouten, Growls, Screams, was auch immer, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Was ich an den Vocals richtig cool finde, ist, die haben so ein bisschen so diesen, diesen crispigen Sound so. Also ich finde es immer so schwer zu erklären, wie ich das meine, aber irgendwie, wenn du hörst so wie, wie die Growls kommen, hast du immer so dieses, so dieses, immer noch dieses Kratzen so in dieser Stimme. Ne, das, das sage ich halt auch immer sehr oft bei Markus von Acranius. Ähm, der hat da nämlich auch so diesen Stil und das finde ich richtig, richtig geil. Und die Riffs auch so schön, ähm, auch so teilweise so ein bisschen mehr in diese Richtung Technical Death Metal, ne, finde ich, finde ich stark. Also, ne, wenn man schon so anfängt, alle Achtung. Oh. Okay, also ich kann jetzt schon sagen, ich glaube, dass dieser Part mein Lieblingspart sein wird. Ich, ähm, gehe nochmal ein bisschen zurück und dann sage ich so ein paar Sachen dazu, was mir halt so richtig gefällt. Also erstmal, wenn jetzt gleich dieses Riff reinkommt, ähm, ist das so sehr schön Technical, auch generell, dass einfach dieser Song halt so richtig, also dass dieses Riff einfach so schnell ist. So schnell und technisch, das finde ich allein schon sehr, sehr geil. Ähm, und, dass man halt wirklich so, du hast halt nicht nur durchgehend so diese, diesen atmosphärischen, sag ich mal, ähm, Part, wo du denkst, okay, es geht jetzt gerade wirklich so darum, dass es so richtig episch klingt und so weiter, sondern auch dann so, ey, komm, jetzt machen wir so ein Riff aufs Maul, ne. Richtig, richtig gut. Also dieses Riff gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und dann da, ne, so, du hast halt schon diese Clean Vocals, du hast dann diese richtig schönen Growls und dann hast du nochmal so diese Mid Vocals, ähm, und ich hab's jetzt hier grad gelesen, ne, ich find die Screams richtig clean, man hört die Wörter sogar raus, ähm, ja, und das find ich halt auch immer so geil. so, die klingen halt brutal, die klingen halt richtig gut, die Vocals, aber sie sind trotzdem halt sehr verständlich und das ist für mich halt auch irgendwie so eine Art Kunst, ähm, wie auch zum Beispiel bei Lamp of God, ne, bei Randy ist es halt genauso, ne, das find ich halt einfach geil, richtig, richtig geil. Boah, dieses Hügel. Dann hast du das nochmal, diese, diese, diese Akkorde, ne, so, mit Blastbeats und das fand ich halt auch noch so geil, dieses Riff wird dann gleich nochmal mit so einer Transponierung gespielt, dass die halt so harmonieren, ne, und ihr wisst, ich liebe das. Ich hab das schon bei, bei dem letzten Song damals erzählt, wo es halt so ein bisschen um Iron Maiden ging, es ging um Hammerfall und so weiter. Ihr wisst, dass ich großer Fan von sowas bin. Und jetzt. Boah, es, das ist wirklich gut. Das ist wirklich echt ein sehr, sehr guter Song, weil du hast dann halt auch einfach nochmal, ähm, nochmal einen Einfluss von einem anderen Subgenre und zwar halt Black Metal, ne, so halt, du hast halt hier dieses Riff und dann halt so diese richtig schönen, hohen Töne, halt, ja, die, die bringen, also die geben mir halt so richtigen Black Metal-Vibe und, äh, ich find das geil, weil das halt wirklich so viele Variationen hat und es wird halt einfach nicht langweilig, find ich. Es wird halt einfach überhaupt nicht langweilig, weil die ganze Zeit irgendwas Neues passiert und du denkst dir so, boah, krass, also richtig gut und dann wird, kommt nochmal was und du denkst dir so, Alter, das wird ja noch besser. Was ist das? oh, 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 Auch so mit dieser Double Bass. Oh, das finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. Dass du jetzt dann nochmal die Growls hast. Und im Hintergrund hast du nochmal die Clean Vocals von vorhin. So ein bisschen diese theatralischen Clean Vocals. Und das passt richtig gut zusammen. Und das hat auch nochmal so, wie ich schon gesagt habe, du hast so von ein paar verschiedenen Subgenres irgendwie so ein paar Elemente drin. Du hast so ein bisschen wirklich diesen Death Metal. Du hast so ein bisschen so Technical Death. Dann hast du auf einmal so ein bisschen diesen, ähm... Ach, sag jetzt. Ich finde es so ein bisschen so Symphonic. Das hat man ja jetzt so im Hintergrund. So diese Atmosphäre. Und dann auch noch diese teilweise kleinen Elemente. Diese kleinen Gimmicks aus dem Black Metal. Ist geil. Also wirklich. Was ist das bitte für eine gute Single? Da finde ich halt dieses Rift halt auch mehr Black Metal angehaupt. Die Entity. Die Entity. Auch im Hintergrund jetzt auch wieder dieses Symphonic. Ah, also wirklich, ich weiß, warum da steht Atmospheric Death Metal, ne? Aber das gefällt mir richtig gut. Und hier finde ich es auch so interessant, weil normalerweise ist das ja so, das hat man jetzt auch gerade hier gesehen an der Gitarre, es ist ja so dieses so ein Riff, ne? Und normalerweise sind solche Riffs oder so diese Elemente eigentlich immer so im Vordergrund. Und hier geht es halt darum, wirklich jetzt einfach diese richtig epische Atmosphäre zu schaffen und vielleicht zu sagen so, ey, es geht jetzt um die Vocals, um dieses Dumm, 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 um so diesen Part. Und dann wirklich nur so ein bisschen lang, so leise im Hintergrund, dieses ne? Es ist gut. Es ist sehr gut. Das war der Niveau. Das war der Niveau. Das war's für heute. Der Part, neben dem einen, den ich eh vorhin meinte, diesen schnelleren Tag-Dev-Part, was für mich am besten in diesem Song ist, weil da jetzt auch nochmal wirklich diese Atmosphäre, dieser Atmospheric-Part einfach nochmal so richtig nach vorne gebracht wird und ihr wisst, ich bin großer Fan von sowas. Ich höre wirklich täglich mindestens ein Album in Richtung Atmospheric, Black-Metal, Death-Metal oder sonst was und das ist so gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Auf dem Hintergrund jetzt diese Streicher, ne? Das war's für heute, man. Schön, noch so ein Fade-Out-Outro. Aber wisst ihr was, ich bin ehrlich, ich find's schade, dass der Song jetzt schon vorbei ist. So, ihr wisst, ne? Alles, was ich sage, stimmt. Also, ne? Das ist ja das, was ich halt, also das ist wirklich ja meine Meinung. Aber ich fand den Song zu gut. Also jetzt irgendwie, ich finde, da hätte ich noch so ein, zwei Minuten noch dazugeben können. Bin ich ehrlich, ich fand den so geil. Weil er halt einfach so viel mitgebracht hat. Der hat so viel mitgebracht, was so Elemente mit, also sind, die ich halt sehr gerne in meinen Songs halt haben möchte. So, du hast halt wirklich so diesen Atmospheric-Teil. Dann hast du richtig schön Death-Metal, auch teilweise so ein bisschen in Richtung schon Technical. Ähm, da hattest du so richtig diese epischen Clean-Vocals. Schöne, sehr verständliche, aber auch brutale Vocals. Schön crispy. Du hattest Growls, Mids und Highs, ne? Du hattest halt wirklich alles. Dann ab und zu ja wirklich, dass du, ähm, noch diese, diese, dieses, sag ich mal, die Überlappung von Clean-Vocals mit diesen Growls hattest. Und das halt auch einfach richtig gut stimmig war, richtig schön harmoniert. Und ja, ne, dann teilweise so diese Black-Metal-Einflüsse, ne, dieses schöne Atmosphärische. Ihr wisst, ich liebe so eine Musik. Ich liebe Atmospheric-Metal, sag ich jetzt einfach mal so. Ähm, aber sehr, sehr stark. Also das ist wirklich eine richtig, richtig gute Single. Und, ähm, ja, checkt auf jeden Fall The Omega Swarm aus, weil ich, bin ehrlich, ich find's sehr, sehr geil. See ya, see ya, guys.